Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinemanuel aus Liebe zum Film. Ja und heute geht es um einen saugeilen Film und um eine noch saugeilere Edition. Und zwar, wie man hier unschwer erkennen kann, geht es um John Wick in der Film Arena Super Limited Edition. Ja, hier geht ein Verpackungssammler wirklich das Herz auf. Denn alleine schon die Umverpackung hat es wirklich in sich. Hier mit Spotgloss auf dem Karton drauf. Also da geht dir wirklich eine ab. Und ich muss sagen, ich als Verpackungssammler gehe mir danach einen darauf wichsen. Schade, dass keine Tempos beigelegt wurden. Aber was soll's, das ist wirklich sowas von geil. Das kann man einfach nicht mehr übertreffen. Ja, wie man sehen kann, ist auch der Schuhkarton hier limitiert auf 1000 Exemplare. Und wenn wir diesen dann öffnen, kommen erst einmal zwei Steelbooks zum Vorschein. Und in der Mitte ja so ein kleines Kästchen. Und dieses Kästchen, wenn man es dann aufmacht, dann befindet sich darin eine Münze. Und zwar aus Gold. Was auf der Münze drauf ist oder was es genau mit der Münze auf sich hat, weiß ich jetzt leider selber nicht genau. Aber ihr wisst ja, haben ist besser als brauchen. Und wir nehmen auch alles mit, was wir hier gratis bekommen. Und hier links, wenn wir es denn da mal rausholen können, haben wir dann auch schon die erste Edition. Nämlich die Devil Edition. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Auch hier hinten mit einer Limitierungskarte drauf. Und so sieht dann auch der Full Slip aus. Und hier hinten haben wir die Rückseite mit dem wunderbar süßen Hund. Was es mit dem Hund auf sich hat, wissen ja alle, die den Film schon gesehen haben. Ich möchte da überhaupt nichts spoilern. Deswegen sage ich jetzt erstmal gar nicht mehr dazu. Ja, der Full Slip ist natürlich auch geprägt. Und wie man hier sehen kann, selbst die Zündschnur. Also das ist ein bombastisches, wirklich effektmäßig, gar nicht mehr zu übertreffendes Full Slip Massaker, was uns hier erwartet. Denn es gibt ja zwei davon. Für alle, die sich nicht entscheiden konnten, wie ich, haben sie extra diese Edition gemacht. Vielen Dank, liebe Film Arena. Damit habt ihr euch selbst übertroffen. Ja, und wenn wir dann mal die Sachen aus dem Devil Full Slip rausnehmen, dann sehen wir hier, dass es ein paar Karten oder einen Unterleger gibt. Natürlich das Steelbook und natürlich auch ein wunderbares Booklet. In diesem Booklet gibt es keinen Text, was ich jetzt auch nicht für schlimm halte. Und ja, es gibt dafür aber wunderbar schöne Bilder zum Film. Da möchten wir jetzt aber auch nicht groß spoilern. Und hier haben wir dann noch ein paar Karten. Hier seht ihr die Rückseite, die auf allen Karten gleich ist. Und hier gibt es dann verschiedenste Motive von den verschiedenen Charakteren des Films. Ja, wirklich sehr cool gemacht. Und wie ich finde, ein ganz nettes Gimmick. Jetzt haben wir hier nochmal den Full Slip in all seiner Pracht. Also der taugt mir wirklich voll. Als Verpackungssammler, wie gesagt, geht einem da einfach nur das Herz auf. Und noch einmal der süße kleine Hund. Tja, also ich muss sagen, die Motivfall hier bei diesem Full Slip natürlich 1A gewählt. Perfekt. Und dann kommen wir auch schon zum Steelbook mit einem wunderbar großen Lentikularbild, das über das komplette Steelbook geht mit einem sehr schönen Effekt auch. Und darunter befindet sich dann auch endlich das Steelbook hier mit demselben Motiv wie das Lentikularbild. Wie man hier sehen kann, John Wick mit Spotgloss. Also das glänzt richtig auf diesen matten Steelbook. Und hier hinten haben wir dann schon die Rückseite. Könnte eigentlich auch die Frontseite sein. Also ein wirklich sehr, sehr geiles Artwork. Und hier haben wir dann nochmal eine Gesamtübersicht von dem Steelbook. Back Artwork und Front Artwork und Spine. Und dann kommen wir auch schon zum Innendruck. Und der Disc sehr, sehr geil. Und wie man hier sehen kann, wenn die Disc weg ist, ein sehr, sehr schöner, kräftiger, farbiger Innendruck. Also der hat es auch wirklich in sich. Ja, und dann kommen wir auch schon zur rechten Seite. Nämlich der Angel Edition hier von John Wick. Und das kommt dann in einem weißen Full Slip daher. Der sieht auch ziemlich geil aus. Ist aber natürlich ganz anders als der Devil Full Slip von dem Motivfall. Hat auch hier hinten eine Limitierungskarte. Hier sehen wir die Vorderseite. Natürlich sind beide Limitierungsnummern gleich. Von der Angel und der Devil Edition. Sowie auch unseren Umkarton, der aussieht wie ein Schuhkarton. Also das ist natürlich perfekt gemacht. Und passt zu dieser Edition wie aus einem Guss. Wäre schon scheiße gewesen, hier unterschiedliche Nummern reinzupacken. Aber wie gesagt, das passt hier perfekt. Deswegen auch einen Daumen hoch. Und dann wollen wir auch schon mal auspacken, was sich in dieser wunderschönen Angel Edition befindet. Wie wir hier sehen können, ein Steelbook natürlich mit einem schönen Lentikular Bild vorne drauf. Das sich ebenfalls über das komplette Steelbook herzieht. Und darin befinden sich dann auch noch schöne Art Cards oder Postkarten besser gesagt. Da sind ja wirklich einzigartig geile Motive drauf. Und wenn ich es denn endlich schaffe, das aus der Folie rauszunehmen, dann möchte ich euch das auch schön einzeln präsentieren. Denn diese Edition ist so geil. Da nehmen wir uns mal auch richtig schön Zeit und lassen uns nicht hetzen. Sondern wollen uns alles bis ins kleinste Detail genau ansehen. Und wie gesagt, guckt euch mal diese Motive an. Also alles 1A. Da könnte man jedes einzelne da vorne in einen Bilderrahmen stecken und sich das an die Wand hängen. Einfach nur noch genial. Natürlich gibt es hier kein Booklet. Dafür gibt es die Art Cards. Zusammen macht das einfach eine wahnsinnig geile Edition. Und das hier ist ein Aufkleber oder ein Untersetzer. Keine Ahnung, wozu man das genau gebrauchen kann. Aber das werden wir schon noch rausfinden, wenn wir uns denn noch näher damit beschäftigen werden. Und hier können wir nochmal den Full Slip sehen in all seiner Pracht. Und sehen, dass vorne auf der Knarre ein Spotgloss drauf ist vom John. Und auch das Back Artwork sieht mega genial aus. Passt perfekt zum Front Artwork. Und auch hier Spotgloss auf der Knarre. Einfach nur geil. Ich habe die 915 von 1000 Exemplare. Wie gesagt, 915. Die Limitierungsnummer passt perfekt zusammen mit der Angel Edition, Devil Edition und unserem Umkarton. Hier sehen wir dann auch schon das Lentikularbild, das sich über das gesamte Stealbook erschreckt. Nicht erschreckt, sondern erstreckt natürlich. Erschrecken kann man aber bei dieser wunderbar geilen Prägung. Also die ist einfach einzigartig. Da geht jeden Sammlerherz das Herz auf und jeden Stealbook-Lover. Also das ist wirklich einfach nur genial. Guckt euch mal diese scheißgeile Prägung an. Entschuldigt bitte die Wortwahl, aber das ist einfach nur noch heftig. Heftig genauso ist das Back Artwork. Also das gefällt mir wahnsinnig gut mit dieser Knarre hier, die einem direkt ins Gesicht gehalten wird. Und dieser Spotgloss noch auf der Knarre drauf. Das könnt ihr euch hier jetzt nochmal genauer ansehen. Also das sieht einfach nur noch fantastisch aus. Auch die Farbwahl finde ich einfach cool. Und also ein Gesamtwerk und die Gesamtübersicht, wenn man sich das Ganze nochmal anguckt, wahnsinnig geil. Auch die Farbstrimmung vom Innendruck passt zum Gesamtkonzept des Stealbooks, ebenso auch die Disc. Und ich finde, das ist auch wirklich ein Hammer, Hammer geiles Stealbook. Ja, das ist aber noch längst nicht alles gewesen, denn es gab noch ein T-Shirt dazu. Das habe ich mir aber leider in 2XL bestellt oder vorbestellt. Denn als ich diese wunderbare Edition vorbestellt hatte, war glaube ich letztes Jahr September. Und seitdem habe ich einiges an Gewicht verloren. Darin kann ich jetzt zwar schwimmen, aber egal. Wenigstens ein schönes Motiv vorne drauf. Und zum Schlafen gehen ist das ja auch nicht gerade verkehrt. Ebenfalls dazu gab es dann auch noch eine wunderschöne Tasse. Ich trinke zwar keinen Kaffee, aber man kann ja auch Tee oder sonstigen Quatsch da reinfüllen, was man sich immer schon zu Gemüte führen will. Passt jetzt nicht so zum Film, finde ich aber nicht schlecht. Und nehme natürlich mit, weil gratis als Beilage dazu. Ebenfalls dazu gab es noch ein wunderschönes Poster. Und das kam hier extra in so einer Papprolle mit, damit das nicht geknickt wird. Das finde ich ja immer mega schade, wenn es zu Editionen ein Poster gibt. Aber dieses Poster dann schon geknickt ist. Ehrlich gesagt, sowas hängt man sich doch auch nicht mehr ans Zimmer. Das kann man ja auch nicht mehr glatt bügeln, so ein Schmarrn. Schönes Motiv, finde ich, vom Poster. Und ja, mal gucken, ob ich mir das noch aufhängen werde. Und dann gab es noch was dazu und zwar einen John Wick Notizblock. Also hier an Gimmicks ist das wirklich absolut nicht mehr zu übertreffen. Da hat sich Film Arena wirklich was einfallen lassen und da kann man absolut nicht mehr meckern. Und wer da noch mehr will, also dem kann auch, glaube ich, nicht mehr geholfen werden. Das ist die Gesamtübersicht dieser Edition. Ich glaube, ich habe damals bei der Vorbestellung so circa 90, 95 Euro gezahlt. Ich weiß es nicht mehr, es ist schon lange her. Aber ich finde jeden einzelnen Cent wert. Ja, das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und Servus! Bis zum nächsten Mal und Servus!